Für uns sind die optimalen Kommunikationslösungen dann, wenn ich eine Vernetzung aller Kommunikationsmittel habe, sprich Internet, sprich Festnetz, sprich Mobilfunk, sprich Datentransfer, das wunderbar miteinander verknüpft, das ist für mich die optimale Kommunikation. Wir können zeitgleich, wir können Tag und Stunden, Sekunden aktuell gerade mit dem Schiff kommunizieren. Wir können mit unseren Mitarbeitern kommunizieren und für uns ist es ganz notwendig, nicht zeitversetzt einige Stunden später zu erfahren, wenn etwas vorgefallen sein sollte. Die Entscheidung für Vodafone als Kommunikationspartner fiel uns ziemlich leicht. Als junges Unternehmen haben wir jemanden gebraucht, der uns sofort zur Seite steht, der uns mit einer komplexen Lösung helfen kann, der jederzeit ansprechbar ist und wir dürfen nicht vergessen, Vodafone ist ein globales Unternehmen, wir sind global unterwegs und das verbindet sich hervorragend. Es kommt sehr selten vor, dass ich mich für Kampagnen dieser Art engagiere, es sei denn sie ist glaubwürdig und es sei denn ich kann dahinter stehen und ich stehe absolut hinter dem Produkt Vodafone, genauso wie ich für mein Unternehmen hier stehe und deswegen war es für mich ganz klar für Vodafone, da mache ich Werbung. Vodafone 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 Vodafone